Beatrice Egli und Florian Silbereisen, zerstört sie jetzt sein großes Glück? Hat die ARD Platz für zwei Schlagershows? Beatrice Egli startet ab November mit ihrer Schlagershow im Ersten. Bedeutet das das Karriereaus von Florian Silbereisen? Noch kann Florian Silbereisen lachen. Doch das wird ihm sicherlich bald vergehen. Der Moderator muss sich warm anziehen. Denn Beatrice Eglis eigene Schlagershow wird zukünftig auch im Ersten ausgestrahlt, drängt ihn damit ordentlich ins Abseits. Aber wie gefährlich wird diese Rivalin für Florian? Ursprünglich wurde die Show der 35-jährigen Sängerin im MDR gezeigt. Doch im April dieses Jahres ergatterte Beatrice einen Sendeplatz im Ersten, glänzte mit viel Unterhaltung und tollen Gästen. Der Ausflug in die ARD sollte aber einmalig sein, betonte Beatrice stets. Doch jetzt kommt es anders. Freudestrahlend verkündet die Sängerin, dass auch ihre kommende Show im November im Ersten ausgestrahlt wird. Mir fehlen einfach die Worte und ich könnte schon wieder heulen. Ich bin dankbar, so Beatrice. Damit wird sie nun zur direkten Konkurrentin für ihren doch so guten Freund Florian. Immerhin ist er seit Jahren der Erfolgsgarant des Senders. Er war die unangefochtene Nummer 1. Zumindest bis jetzt. Kann die Freundschaft dem Stand halten? Denn schon seit einiger Zeit bekommt Florian sein Fett weg. Zuschauer lästern, beim Silbereisen ist es immer der gleiche Bums. Und auch Sängerin Claudia Jung schimpfte, dass es hinter den Kulissen seiner Sendung ziemlich rücksichtslos zuginge, sie deshalb bei ihm nicht auftritt. Beatrice hingegen kündigte eine Show voller Herzlichkeit an. Klingt nach einem Seitenheb. Für Florian muss das wie ein Schlag ins Gesicht sein. Denn lange wirkten Beatrice und er nicht nur wie Freunde, sondern weitaus mehr. Sie flierteten auf der Bühne, sangen und moderierten zusammen. Doch nun könnte Beatrice ihm alles nehmen. Doch nun könnte Beatrice ihm alles nehmen.